Moin rö, loid rö! Mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, heute zum neuen Video. Und Thema dieses Videos wird sein die monatliche Banner Timeline Prediction. Ich vergleiche, wie es letztes Jahr war, mit diesem Jahr. Und dementsprechend gebe ich euch dann die Banner an, wie sie kommen sollten. Da kann sich natürlich ein bisschen was ändern. Das ist immer etwas vorenthalten. Wie zum Beispiel auch Trunks nach den Androids kamen auf Global. Aber auf JP kamen Trunks vor den Androids. Alles mit ein bisschen Vorsicht genießen. Trotzdem würde ich sagen, das wäre mein Plan, den ich euch so raten kann. Da seid ihr eigentlich so mit 60, 70% sicher, wenn ihr so fährt. Vielleicht auch 99%, man weiß es nicht. Gut, gehen wir mal zu dem ersten Datum und das ist der 31.05. Da geht die nächste Celebration los. Und da kommt dann auch Ginyu. Es sollte Ginyu kommen. Letztes Jahr hatten wir Trunks Kit und Goten Kit, die auf JP die Unit waren, nach dem Anniversary. Also ist dieses Jahr Ginyu die Unit nach dem Anniversary für JP. Sprich, wir sollten sie kurz vorm Anniversary bekommen. Ginyu's Celebration, wie sieht der Banner aus? Kann ich euch empfehlen, da rein zusammen. Also der Ginyu-Banner wird voraussichtlich Discounts haben. Also drei Multis machen und im letzten Multi kriegt ihr eine Featured Unit garantiert. Sprechen wir gleich mal über den Banner, denn hier wird sich ein bisschen was abändern. Was genau sich ändert und was reinkommt, werden wir sehen. Aber Ginyu ist ein Banner, wir haben drei neue Unit. Wir haben Ginyu, Ginyu ist super, super strong. Da wird es die Tage auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Preview geben von Ginyu. Top 2 TUR locker. Dann haben wir natürlich einmal Chase und Barta. Barta ein guter Supporter, guter Space Traveling Warrior Support. Und dann haben wir auch einmal noch Rekum und Guldu. Sehr, sehr gutes Lot 1 Unit gepartnert mit dem AGL Ginyu. Also overall, wir haben drei schöne Featured Charaktere. Manche sagen, wenn man Ginyu will, dann sollte man auch Rekum und Guldu bekommen. Ich würde sagen, es ist nicht ganz so wichtig, denn denkt dran, wir kriegen noch LR-Physisch Ginyu EZA aus dem Battlefield Shop. Der kann auch nützlich sein. Die zwei Side-Banner Units, also Rekum und Guldu und einmal Chase und Barta, werden in weiteren Banners vorhanden sein, anfeatured. Könnt ihr euch dann immer noch holen. Wir haben aber ansonsten noch in den Banners, Take Cale und Caulifla. Diese Unit wird ersetzt. Wir haben jetzt gesehen, dass im Coinshop LR-God-Kun-Hit anstatt Chanemba vorkam. In JP war das genau andersrum. Heißt, wir hatten die Global Timeline von der Re-Appearance von den Units. Bedeutet, wir könnten höchstwahrscheinlich die Androids, die Tech-Androids hier drin haben, anstatt Take Cale und Caulifla. Denn Take Cale und Caulifla war, ich glaube, im Cell-Banner drin. Müsste im Cell-Banner drin gewesen sein. Also hier könnten die Androids kommen. Wenn sie nach JP-Timeline gehen würden, wäre Trunks als erstes drin. Aber ich vermute, es wird zeitgleich mit JP. Also beide bekommen einen neuen Dokkan-Fest. Wir, Ginyu, JP, irgendwas anderes. Wir werden dort dann die Androids kriegen. Ja, dann haben wir SDR Kevlar. Was soll ich sagen? Die ist bestimmt schon vier, fünf Mal gebabbert worden, obwohl ich sie noch nicht mit Dupes habe. Dann haben wir SDR Blue Kaioken. Haben auch schon viele, denke ich mal, Rainbow. Und den SDR Name Goku. Den, wo ich gedacht habe, der könnte sein Easy-Ai kriegen. Huch, ja, verzeiht es mir. Name Goku braucht auf jeden Fall sein Easy-Ai. Und es wäre eine perfekte Chance gewesen, hätten sie es zu Ginyu gemacht. Weil die Celebration ist nicht wirklich mit viel Content geprägt, würde ich so sagen. Nichtsdestotrotz, der Banner ist für die Discounts okay. Nehmt die drei Discounts mit für 100 Stones. Ein Feature garantiert. Wenn ihr einen der drei neuen zieht, habt ihr einen Big Win. Oder ihr zieht die Tech-Androids, wenn die Tech-Androids dabei sein sollten. Auch ein guter Win, so gesehen. Klar, die letzten drei Units werden wir jetzt nicht unbedingt haben. Aber Blue Kaioken Goku kann immer noch relevant sein. Also, was heißt relevant? Aber in manchen SBR-Stages, wo er nuken kann. Oder wir haben Name Goku, der hoffentlich bald sein Easy-Ai bekommt. Ja, und Kevlar ist Kevlar. Gut, springen wir zum nächsten Banner. Zum nächsten Punkt. Und zwar kommt danach, zum 19.06. der Part 2 von der Reddit Celebration. Woran legt man das Ganze jetzt fest? Also, letztes Jahr und vorletztes Jahr kamen jeweils die LRs vom April. Letztes Jahr war es Tapio und Mimusha. Aber der Dokkan-Fest aus dem Monat April kam erst nach dem Anniversary. Da kommen wir später nochmal zu. Deshalb habe ich das Ganze auch so dargestellt. Der 19.06. das ist der letzte Banner vom Anniversary selber. Und was kriegen wir hier? LR physisch Goku und Piccolo into Piccolo. So sieht der Banner aus. SCR-Tales ist da mit dabei. Wir haben LR-Int, Goku und Piccolo auch mit dabei. Und dann halt ein paar, ja, eher nicht so gute Units. Man könnte jetzt sagen, Int, Majin, Buu, Saga, Vegeta ist noch gut, ohne Frage. Und vielleicht Nail für gewisse Szenarien. Ganz geil, dass man drei LRs hier drin hat, gefeatured. Ich sage euch aber mal so, denkt dran, im Anniversary gibt es 77er-Multis und, und, und. Da bekommt ihr jede Menge LRs von. Also da könntet ihr maybe so ein SCR-Tales oder so ziehen. Spart da lieber eure Stones auf. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch für den Banner wieder Discounts bekommen. Ja, für LR Tapio und Mimusha hatten wir letztes Jahr Discounts bekommen. Kann sein, kann ich euch aber nicht versprechen. Müssen wir schauen. Vielleicht auch nur Tickets. Es könnte gut sein, dass hier nur Tickets für kommen. Müsst man einfach mal abwarten und gucken, wenn es dann soweit ist. Aber in dem Banner kann ich euch nicht empfehlen, zusammen skippt den. Vielleicht Discounts, wenn es gibt. Aber ansonsten skipp, skipp, skipp. Aber wirklich hardskipp. Kommt nicht mal auf den Gedankengang, hier reinzugehen. Nicht mal annähernd. Hyse Shkoku und Piccolo ist eine sehr gute Unit. Aber werdet ihr nicht so häufig einsetzen, vermute ich mal. Sehr gut. Soweit, so gut. Das war der Banner vor dem Anniversary. Und damit springen wir dann auch schon ins Anniversary selber rein. Der 9.7. Wir wissen, am 7.7. beginnt das Anniversary. Wissen wir daher, dass die Dragonstone Orde da auslaufen werden. Das heißt, zwei Tage später kommen die Banner. Und ja, ihr seht wahrscheinlich jetzt zum 50.000. Mal den Banner von denen. Aber es sind insane Banner. Gerade für neuere Spieler. Die Ella Super Saiyan 4s, sehr insane. Genauso wie Tech sind schon insane Side Banner Unit. Und dann haben wir den voll gestackten Banner. Namaku, Evo Vegeta, STR Vegito, Super Saiyan 4 Goku, Super Saiyan 4 Vegeta, die ihr Easy A bekommt. Ind Vegito. Wir haben GT Goku und GT Vegeta, die TURs. Also overall, der GT Banner ist wirklich insane. Solltet ihr dafür Sum? Ja. Alle Stones? Ja. Dann haben wir einmal noch die Gods. Bei den Gods sieht es so aus. Wir haben STR Broly. STR Broly ist nicht ganz so gut wie Sunchenron. Hat leider auch nicht so viele Kategorien. Dann haben wir LRA, Galeful, Power Freezer. Insane Unit. Wir haben Yurai Goku. Sehr, sehr geil. Wir haben den Physisch Buu Tanks. Wir haben die 5-Year Anniversary Units, wie Gito und Gogeta. Ich hoffe, die bekommen irgendwann mal ihr Easy A noch. Vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr. Worldwide Celebration. Oder dann nächstes Anniversary. Und dann haben wir den Physisch Gogeta. Der ist ja auch noch mit drin. Und dann natürlich Super Saiyan 2 Goku und Margin Vegeta. Die finde ich sehr schlecht gewählt. Also Super Saiyan 2 Goku und Margin finde ich sehr, sehr schlecht. Echte Picks hier in dem Banner. Leider machst du nix. Deswegen für mich klar, der Super Saiyan 4 Banner besser. Overall gesehen. Wobei ich sagen muss, ich mag Full Power Freezer und Yurai Goku mehr als Evo und Namiku. Ja, so weit, so gut. Aber ich bin sehr gespannt auf die 5-Year Anniversary Fusions. Ich hoffe, sie kriegen ihren Revenge Arc. Und sie werden richtig busted mit dem Easy A. Das ist mein größter Wunsch. Weil die Units hat man gefühlt bisher nicht wirklich gespielt. Nicht wirklich ausgespielt. Sie sind lange Events Units. Aber im Red Zone sind sie halt nicht gut. Das ist so schade. Ich wünschte mir wirklich, die 5-Year Anniversary Units kriegen ein geiles Easy A. Damit man sie endlich mal richtig spielen kann. Gut, das waren die Banner. Wie solltet ihr dafür es haben? Ja. Gibt es dafür Discounts? Ja. Gibt es dafür Tickets? Ja. Das ist wirklich most worthy. Und da kann ich jedem nur empfehlen, da reinzugehen. Gut, kommen wir dann zu den nächsten Bannern. Auch noch Anniversary Banner. Und zwar werden die am 26.07. rauskommen. Ihr seht schon Kaioten Goku und Giant April Vegeta. Ob sie den Banner abändern werden oder nicht, muss man einfach mal abwarten und schauen. Denn man hat ja gesehen, dass sie so ein bisschen die LR Banner überarbeiten. Also haben sie jetzt bestätigt, dass sie die LR Banner mit im weiteren 2 LR Featured machen. Ich denke, für Top Legendary Banner gilt das nicht. Ich denke, Top Legendary Banner bleiben so. Fände ich blöd. Ich fände geil, wenn Top Legendary Banner zusätzlich nochmal 2 LRs hätten. Das wäre insane, 2 alte LRs. Mal gucken. Ich denke, der Banner bleibt so. Was kann man sich hier noch Gutes mitnehmen? Vielleicht Hard Virus Goku. Aber ansonsten sind die Units auch schon ein bisschen älter. Klar, Super Saiyan 2 Goku geht immer noch fit. Oder der Super Saiyan Goku, der Stunbot. Wir hätten auch noch einen Tag Kaioten Goku. Und den physisch Vegeta für längere Events sind okay. Aber SR Kaioten Goku ist eine wirklich sehr, sehr gute Unit. Für Chain Battle auf jeden Fall wichtig. Für eure Friends so gesehen. Und Giant Abbey Vegeta ist okay. Macht 1, 2, 3 Multis. Vielleicht 4 Multis. Man kriegt richtig viele Stones vom Anniversary. Wenn ihr Bock habt auf die Unit Zane-Sage, haben sich ja viele gewünscht. Ich gehe da auf jeden Fall rein. Ganz klar. Ansonsten denkt immer dran. Worldwide Celebration steht kurz danach vor der Tür. Und da wollt ihr noch ein paar Stones übrig haben. Also geht nicht zu deep in diese LR-Banner rein. Dann lieber nochmal in Part 1. Da habt ihr dann mehr Nutzen von. So weit, so gut. Kommen wir dann nach dem Part 2 vom Anniversary dann auch mal zu der Zukunft. Und in der Zukunft gibt es ein Banner, da freuen sich alle drauf. Das davor waren alles nur Filler-Banner. Jetzt kommen wir zum richtig geilen Shit. Zum heißen Eisen. Okay, haltet euch fest. Ja, Reddit. Er kommt in der Zukunft. Und zwar die Celebration nach dem Anniversary. Es ist ja Anniversary, dann eine Dokkan-Fest-Celebration und dann Worldwide Celebration. Dieser Banner wird auf jeden Fall Discounts haben. Kann nicht anders sein. Also die Unit müssen sie eigentlich überarbeiten. Gebt denen einen Global Buff. Macht aus dem noch einen Zane-Saga-Support oder so. Who knows. Einfach noch was oben drauf geben. Werden sie nicht machen. Kann ich euch da empfehlen reinzusammen. Außer die Discounts. Nein, sowieso nicht. Wie sieht der Banner aus? Ich denke, dass hier auch Trunks zurückkommen wird. Kid Gorn ist da mit drin. Int Super Saiyan, Fiergogeta, Physisch Piccolo und Int Kid Goku. Ist nicht wirklich worthy zusammen für. Aber man könnte die Discounts auch wieder mitnehmen. Ich kann es verstehen, wenn ihr hier sogar die Discounts gibt. Reddit wird sehr, 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 sehr schlecht geredet. Und er ist auch einfach für einen neuen TUR auch wirklich schlecht. Da kommen wir nicht drum herum. Aber er ist in 200% die da. Und er kann sogar im Red Zone bestehen. Das funktioniert. Also ist Reddit nicht ganz, ganz schlecht. Man kann ihn gebrauchen. Also wenn ihr ihn zieht, seid nicht allzu traurig. Er ist jetzt nicht wirklich ein SBA-Unit, so wie einige Leute eingeschätzt haben. Aber er ist auch nicht Bullshit, Bullshit, Bullshit. Also er ist okay. Und dann haben wir hier natürlich nochmal Nappa an seiner Seite. Nappa auch ein sehr guter Sidebanner-Charakter. Discounts könntet ihr machen. Und ansonsten spart eure Stones für Worldwide Celebration. Wann das Ganze kommt? Ich glaube, das müsste Mitte August sein. Mitte August müsste der Banner kommen, weil da endet dann auch das Anniversary. Gut, das war so die Banner-Timeline. Das wird euch erwarten, wie auch die Banner aussehen. Vielleicht könnte sich Reddits um Ginyu tauschen. Aber nur, wenn die Sterne ganz schlecht stehen. Ich denke nicht. Also ich sage zu 99 Prozent, das wird nicht passieren. Man kann es aber nicht wissen, da sie auch die Tech-Androids und den Trunks geswischt haben. Aber geht einfach mal davon aus, es wird Ginyu kommen. Soweit, so gut. Das war jetzt die Banner-Timeline-Prediction von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich konnte euch ein bisschen mit auf den Weg gehen. Wofür wollt ihr? Some Anniversary, ganz klar, the way to go. Seid stark. Nehmt nur die Discounts mit. Nur die Discounts. Wenn ihr wirklich nicht reingehen wollt, trotz Discounts, ist es okay. Aber für Global sind halt die Discounts einfach das Wahre. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im Anniversary zu ganz vielen Hype-Stuff. Im Juni geht es los mit jeder Menge Anniversary-Themen und jeder Menge Anniversary-Videos. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut da rein. Daniel. Daniel.